Und wir ziehen uns vom Berg wieder zurück und wir setzen uns wieder in einen warmen Sturm, denn da ist alleweil nachher im gemähtesten, wenn es oben stirbt und schneit. Und da in einer warmen Stube, da werden wir uns noch wieder zusammensetzen und machen ein Sechserwatter. Das ist das Gemütlichste zur Winterzeit, während die Berge oben verschneit, nicht nur der Berg, sondern der Wald.